Urukäger, Sie scheinen die Karabor bis hier verfolgt zu haben. Körschen her, Körschen her. eine feige kleine kreatur lauert irgendwo hier in den schatten ja komm schon Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich anzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was freut ihr davon? Leuchten da. Ja, wir kennen ihn. Leuchtende Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du schnitt. Erdende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des Leuchtenden. Er hat den Herrn gezeigt. Genug der Herr. Ja, ja. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Dem Lorleuchten der Herrn zu tun. Wie schön dem Lorleuchten der Herrn zu tun. Ich traue ihm nicht. Wie schön dem Lorleuchten der Herr. Wir brauchen ihn. Willst du dich mit der Verrückung spielen? Okay, wir sind jetzt wieder zurück und das lese ich sicher nicht. Wenn ich befördert werde, will ich eine Truppe aus Jägern leiten. Warum solltest du das tun? Dann können sie mir sagen, wie ich meine Waffen vergifte. Nur ein Stück. Wenn du den Strack hat es nötig, seine Feinde zu vergiften, lerne einfach mit deinem Schwert umzugehen. Das ist ein Stück. Hab ich hier einen Punkt? Ja. Was ist das? Das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum der? Okay Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf. Da drinnen hat sich etwas bewegt! Okay! 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 Oh, come on! Okay! Okay, Leute, dann sehen wir uns mal morgen wieder.